Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen offscreen noch ein paar Vliesbänder gemacht, die Öfen war ja noch vorher gewesen, Greifarme, Tunnels, okay, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Tunnels gemacht, aber hey, was soll's. Und dann würde ich sagen, warte mal wieder ab, wenn es vielleicht nochmal hell ist, oh Gott, immer wenn man hier was spielen will, äh, es ist 22.30 Uhr, ja, das finde ich super. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein Teil von der, äh, Schmilze ein bisschen bauen, von der Produktion, aber, aber, wollen wir hier noch ein paar Teile fertig, komm, hier noch ein paar Teile fertig, es gehen zwar einige Vliesbänder nochmal flöten, aber hey, was soll's. Sobald die erste Konstruktion fertig ist, mit, äh, mit Eisen, dass das alles läuft, geht das Ganze ein bisschen schneller. So, hier nehme ich mal die Coal raus. Ah, tun wir das hier ein bisschen unterteilen, so. Ah. Du bekommst die Hälfte und da rein, so. Du bekommst die Hälfte und da rein, du noch die Hälfte und da rein und du noch die Hälfte und das wär's, so. Wie sieht's aus? Oh, ihr habt ja immer noch Kohle. Ah, aber nicht, auch nicht mehr viele. Steine, 2300 Stück, sollte erstmal reichen, aber, jetzt wird's hier langsam ein bisschen wieder hell, sehr schön. So, hier hab ich ja gesagt, mach ich die Konstruktion hin für Kupfer. Na. So. Ja. Das ist Kupfer. Und hier würde ich sagen, kommt Eisen hin. Ja. Wieso wollt ihr das nicht machen? Hallo? Ach, Gott, da unten. Ein Stein. Dieser blöde Stein. Dieser blöde Stein. Hat wieder einiges ruiniert. Na gut. So, Stein weg. So, nochmal ein bisschen die Position ausrichten. Denn... Da. Da er jetzt ja das ganze Kupfer in diese Richtung kommt und die Kohle ist richtig, nur das Kupfergeschichte hier, oder Eisengeschichte, muss ich hier ein bisschen umändern. Ist eigentlich auch gar kein Problem. So, gut. So, gut. Dann kann ich ja schon mal hingehen, mal die ersten Öfen setzen. So. Dann sieht das mal nicht mehr so nackig aus. Na, toll. Ich mache erst mal diese eine Seite vom Kupfer. Das selber mache ich jetzt da unten auch mit dem Eisen noch hin. Äh, da kann sich das hier ein bisschen... Ja, da kann hier ein bisschen produziert werden. Hm. So. Ah, ist das warm, ey. So. Gut. Äh, bekomme ich hier... Ja, ist genug Platz. Gut, gut. Weil das hier, dieser Zufuhr ist eigentlich eher gedacht für, ähm, die Zugstrecke. Und irgendwann kommt ja auch, äh, hier noch eine Zugstrecke hin. So. Aber dann machen wir das hier erst mal. So. Na, komm schon. Ja, jetzt aber. Nein, falsch rum. Hm, hm. So, das wäre hier für Eisen und Kohle. So. Da habe ich hier noch die zwei Teile. Bapp. 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 So, hier noch einen Tunnel hinein. Ah. Und dann geht es hier irgendwann hier weiter. Und machen wir hier oben auch gerade fertig. Mit dem Tunnel. So. 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 Und so. Gut. Ach, ja. Hier haben wir die Fließbänder fertig machen. Das hier fertig machen. Äh, ich finde das eigentlich schon recht gut mit der Geschichte, äh, Blaupausen. Finde ich schon eigentlich gut gelöst. So. Dann habe ich hier noch die Blaupause für... Ja. Für das Bussystem. Das kommt dir dann... Hm, wie soll ich das hinbauen? Machen wir das so hin. Na, da ist das Bussystem. Weil hier kommt dann das Kupfer an. Es geht hier weiter. Geht hier raus. Geht hier rüber. Darüber. Geht hier wieder raus. So. Na, wo sind... Hier sind sie doch. Bop, bop, bop. Bop, bop. Genau, es geht jeweils immer nur einer nach oben. Wie es dort hinten auch ist. Die gehen dann weiter. Ja, jetzt habe ich keine... Keine, äh, Fließbänder mehr. Ah, ne, 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 ne. Da habe ich schon den Fehler. Moment, wie ist denn das hier gewesen? Ja, ach so. Gut, okay. Dann reißen wir das wieder ab. Reißen wir das wieder ab. So. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. So. So, das Bus-System kommt darüber ein bisschen. So, da habe ich ja hier einen. Da geht es hier runter. Da muss der Zug wieder kommen. Ah, kann man eigentlich so lassen, oder? Vier. Einer geht hoch. Der ist vorne dran. Ja, gut, das ist ja... Normalerweise wäre der jetzt hier noch so rüber. Naja, kann man so lassen. So, dann kommt hier der Teiler hin. Das kommt da hin. Und hier noch ein Teiler. So. Kann man das hier löschen? So. Ich hoffe nur, es wird jetzt noch hier alles schön aufgeteilt. Normalerweise muss es eigentlich funktionieren. So. So, was macht denn... Oh, das ist doch unglaublich, dass es immer so dunkel ist. Danke für das Eisen. So, dann machen wir noch 10 Stück, 20 Stück von denen. Ich glaube hier noch die... die Tunnels. Könnte ich auch noch hier reinbringen. Ja, die Greifarme. Die könnte ich auch noch fertig machen. So. Lampen könnte ich auch bauen, dass es auch nicht mehr so dunkel hier ist. Ich glaube, das werde ich auch gleich tun. Na, toll. Ah, jetzt aber. Ja. Komische Speicherfunktion. Aber immer, wenn ich was am Arbeiten bin, muss er immer speichern. Ah gut, wobei. Ich habe es ja eingestellt auf halbstündlich. So, wie sieht es denn aus? Äh, Lampen. Könnte ich eigentlich auch tun. So. So, da hätten wir hier Strom. Na gut, noch nicht ganz Strom, aber fast. Fast hätten wir da Strom. So, dann machen wir das so hin. Das kommt weg. Ja. Denkfehler von mir. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, weg mit dir. So, jetzt aber. So, dann hätten wir diese Geschichte. Die Teiler sind fertig. Sehr schön. Ja, Handy. Ich weiß. So, theoretisch könnten wir jetzt es Kupfer mit einbringen. So. Das wäre Kupfer erstmal. Achso, ich brauche ja noch natürlich hier die Elektrisch-Erzförderer. Komm, ich mache sie mal allen gar. Bin es natürlich immer wieder an Eisen. So. So, machen wir die ganze Geschichte noch hier unten, bis dort unten die Teiler fertig sind. Ah, ich habe nochmal zu wenig Greifarme gebaut. Ah, das ist das, 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 das. Ah, gut, wenn jetzt da, sage ich mal, ein Teil fertig wird von der ganzen Geschichte, ist es auch nicht gerade so tragisch. So, hier könnte ich mal noch hier die Sachen einfügen. So. Wieso machst du es nicht? Einmal macht er es und einmal macht er es nicht. So. Machen wir hier gerade auch noch die, die Teile hin. So brauche ich die Öfe nur noch so drüber zu stülpen. So, dasselbe noch einmal hier. Ah, shit. Wenn es jetzt so warm wäre, wäre ich ja noch, wäre ich ja noch glücklich, aber, oh. Pfff, die Konzentration lässt nach bei der Hitze. Mhm. Da. So, dann kommt einer dorthin. Der geht nach oben. So, der kommt weg. Ups, das war einer zu viel. Äh, ja. Das kommt weg. Das kommt so hin, das kommt so hin, das kommt so hin, das kommt so hin. Ah. Und darüber. Ah, komm, ich mache das hier auch gerade fertig. Ah. Ja, darüber. So, hier, die Kohle geht raus. So, dann muss ich mal gucken. Da fehlt einer, da fehlt einer, das darüber, das darüber. So. Achso, ich brauche ja noch, oh, ich brauche ja noch Teile. Ich muss ja das Eisen noch aufspitten. Ich muss ja noch das Eisen aufspitten. So, aber hier, Kupfer. Wo fange ich mit dir am besten an? Am besten hier oben. Machen wir einen frei. Jeweils acht Stück, hätte ich gesagt, für den Anfang. So. Jetzt muss ich noch gucken. Das Kupfer wird jetzt da hier dann, hier vorne aufgespittet. Ach, also hier vorne, das geht dann hier durch, da durch. Wird hier wieder aufgespittet, müsste eigentlich gehen. Das sollte eigentlich funktionieren. Aber das sehen wir jetzt ja gleich in der Praxis. Ja, wenn ich schon gerade nichts zu tun habe, werde ich hier das Holz ein bisschen entfernen. Och, Handy. Nervt nicht. Ansonsten bin ich wieder ganz schnell aus der Kuppe draußen. Äh, so. Puh, es ist warm. Gut, dass man jetzt sieht, dass ich schwitze. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Okay. Handy wieder leise. Äh, Handy. Leise. So. Jetzt könnt ihr so viel schreiben, wie ihr wollt. Ich bekomme nichts mit. So. Okay, oh, ich muss unbedingt das Eisen fertig machen. Ich muss unbedingt das Eisen fertig machen. Okay, gut, da kann ich auch jetzt hier, sogar hier hat Eisen hier, boom. Das hier tun. Ach, das ist doch... Hm. Wie mache ich denn das? So, so. So, so. So, so. Das ist erstmal hier, das kleine Feld hier abgeschafft wird. Äh, ja. Äh. Nächster Parton. Bisschen Eisen sollte ich immer noch aufheben. Ah. Konzentrationsschwäche. So, okay. Dann kommt hier ein Teiler hinein. Soll jetzt ein bisschen zusammengefasst werden. Dann geht das hier runter, bläb. Zum Eisen vorkommen. Ach, oh, das dauert auch wieder knapp. Shit. Oh mein Gott. Die, 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 die Fließbände reichen nicht. Jetzt ernsthaft? Oh man. Also, mir läuft die Brühe der Rücken runter. Mir läuft die Brühe den Rücken runter. So, ich muss jetzt da gucken. Mh, Bäume. Bäume. Nichts als Bäume hier. Das ist unglaublich. Am liebsten hier immer mit der Handgranate oder mit dem Flammenwerfer da einmal durchwaschen. Äh. So, pass mal auf. Das geht so hinein, ja. Dann geht es hier. Stopp, stopp. Ups. So, wo habe ich hier den ersten Teil da dahin gesetzt? Genau. Das war einer zu viel, ne? So, papp, papp. Äh. Ne, stopp. So hin. Da, jetzt aber. Oh nein, ein Teiler noch. Die Tunnels habe ich ja, Gott sei Dank. Das wird nix. Das wird nix. Oh shit. Ich hätte da noch ein bisschen Eisen hätte ich noch. Scheiß Pollenallergie. Mann. Du musst dir das Kupfer ja auch noch da runter bringen. Oh Gott. Oh Gott. Du musst dir das Kupfer auch noch da hoch bringen. Oh Mann. Womit habe ich das nur verdient? So. Äh, ja. Nächstes Mal muss ich ein bisschen noch mehr vorbereiteter sein. So, theoretisch könnte Kupfer jetzt erlaufen, äh, Eisen jetzt erlaufen. Wenn ich die Kohle noch da runter bringe, beziehungsweise ein bisschen Kohle habe ich ja noch. Äh, ähm, jetzt warte mal. Boah, jetzt mache ich auch mal weg. Boah, jetzt habe ich mal keine Verwendung. Und ich bekomme nur einiges an Kohle zurück. So. Oh Gott. Ich muss die Lichthäler hinsetzen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ohne Licht. So. Dann bringe ich mal die Geschichte mal nach oben. Mit dem Strom alles. Also hier könnte ich eigentlich auch noch Kupfer mit an. Oh. Was, 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 was. Machen wir es auch. Gott. Äh. Ups. Da. Da. So, jetzt laufen die. Genau, das läuft. Genau, das läuft. Gut. Und das hier noch. Eisen läuft. Äh. Und das hier noch. So. Kupfer wird jetzt auch theoretisch laufen. Wenn ich jetzt da Eisen hätte. So, aber. Da ich hier ein bisschen Kohle habe. Bekommen die mal jeweils die Hälfte hinein. dass die mal gleich anfangen können zu produzieren. So. Ach, die fehlen ja auch noch Greifarme. Stimmt ja. Uuuh. Die haben ja auch keine Greifarme, sehe ich gerade. Ja, Eisenmangel. Eisen, Eisen, Eisenmangel. So, wo bleibt das Eisen? Da kommt es ja endlich. Schauen wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. Und dann werde ich halt offscreen werde ich den Rest hier auch noch aufbauen. Dass das alles hier funktioniert. So, das hoffe ich nur. Es müssen quasi hier vier, äh, Felder hier übrig bleiben, beziehungsweise ja, geht doch. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. Gut. So, da muss jetzt, äh, die Kohle muss jetzt auch mal hier durchlaufen. Normalerweise wird das Ganze hier mit, äh, mit den, mit dem Zugsystem gemacht. Da hier dann vier Stränge an Eisen rankommt. Momentan habe ich hier nur einen. Und deswegen auch nur hier, äh, die drei Teile noch hinzu. Deswegen, also mit Zug wäre das ein bisschen anders. Und da bin ich mir auch überlegen, da ich ja, da ja die Strecken relativ lange sind, dass ich dort eventuell auch das Eisen dort hinten vor Ort brenne, ja. Aber da würde ich mir aber nicht so einen riesengroßen Komplex bauen, sondern einfach nur, äh, ein paar kleinere Schmelzen. Dass das Ganze nicht so überhand nimmt. Aber mal schauen. So, bis jetzt, äh, sobald sich hier alles gestaut hat, dann geht hier oben auch viel, viel mehr durch. Und ja. Muss ich nur halt ein bisschen einiges stauen. Dauert auch nicht mehr lange. So. Jetzt geht auch einiges mehr hoch. Ja, gut. Soll ich jetzt noch? Ich brauche für... Muss ich mir überlegen. Äh, acht Eisen. Äh, acht. Äh, ich muss ja hier die Sache auch noch fertig machen. Äh, 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 äh. Die Greifarme, die Greifarme, die Greifarme. Die müssen auch noch gemacht werden. So, hier... ...mache ich noch die paar Lampen hin. Genauso wie hier oben. In der Zeit, äh... ...kann hier ein bisschen was gebaut werden. Oder beziehungsweise produziert werden an Eisen. Da... Oh. So. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, für eine Mod reinzubringen, einfach Bescheid sagen. Aber, äh, unter einer Voraussetzung, ich möchte kein neues Spiel anfangen. Wie zum Beispiel mit der Geschichte mit den Ärzten. Also, Bob kann die Steißer definitiv jetzt vergessen, weil ich fange nicht noch mal neu an. Äh, wenn es noch irgendwelche gute Mods gibt, ja, könnt ihr ja einfach mal Bescheid sagen. So, machen wir das hier noch fertig. Ah, meine Greifer sind fertig. Sehr schön. Dann... ...wenn ihr die erste erstmal dorthin gepackt. So, so. Klapp, klapp. Ah. Nur, ihr habt jetzt ja keine Kohle. Gut, alles klar. Dann will ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.